An dieser Stelle doch nochmal in ganz eigener Sache. Wir haben ja hier ein Projekt geschaffen, das im Wesentlichen zunächst einmal an dieser Stelle die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Treibhauseffektes der globalen Erwärmung und seiner Folgen versucht darzustellen. Und man sieht ganz deutlich, eigentlich wissen wir genau, worum es geht. Wir haben die grundlegenden Prozesse verstanden. Wir wissen, dass die Treibhausgase in der Atmosphäre die Infrarotstrahlung der Erde absorbieren und sie natürlich wieder abgeben müssen. Das machen Moleküle so, die können gar nicht anders. Wir wissen, dass ein Teil davon ins Weltall geht, das können wir sogar messen von außen mit Satelliten, die Infrarotstrahlung der Erde, aber der andere Teil, der geht eben auf die Erdoberfläche. Das heißt, es ist doch ganz offensichtlich, dass wir zwei Lampen haben jetzt. Eine ist die Sonne und das andere ist eine Wärmelampe, das ist unsere Atmosphäre. Wir wissen, welche Konsequenzen eine erhöhte Temperatur für Eis hat. Da braucht man kein Physikstudium dafür. Wenn es wärmer wird, schmilzt das Eis. Und wenn es wärmer wird, dann werden diese weißen Flächen verschwinden. Wenn aber weiße Flächen verschwinden, dann verschwindet Reflektivität, also die Fähigkeit des Systems, Teile der Strahlung einfach wieder zurückzugeben ans Universum. Und das ist so wichtig. Die Erde wird eben deshalb wärmer, weil wir ihr momentan gewissermaßen, wie soll ich es sagen, verbieten, einen Teil der Energie, die sie aufnimmt, wieder abzugeben. Also das heißt, im Grunde genommen ist völlig klar, was wir tun müssen. Wir müssen mit allen Mitteln so schnell wie möglich effizient und effektiv die Emissionen von Kohlendioxid und von Methan und die Stickstoffoxiden und anderen Treibhausgasen verhindern, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Und zwar alle Menschen auf diesem Planeten, alle. Alle müssen daran irgendwie teilhaben. Und alle müssen verstehen, wenn wir das nicht machen, dann kann es echt schwierig werden. Richtig unangenehm. Und das wollen wir unseren Kindern und unseren Kindeskindern ersparen. In diesem Sinne, wir sollten richtig damit beginnen, in die Erneuerbaren zu gehen, Kohlendioxid-Emissionen zu vermeiden und alles zu tun, um die Natur zu schützen. Denn die Natur, das ist die Bedingung der Möglichkeit, dass wir auf diesem Planeten überhaupt leben können. Das muss doch mal gesagt werden. Das muss doch mal gesagt werden.